Hallo Freunde von MV1 und TV Schwerin, hier ist wieder euer Bauer Kohl. Es ist mächtig kalt noch in dieser Zeit. Ja, ja, alle warten auf den Frühling. Ich meine, ist ja noch Februar, aber alle warten schon. Und woran liegt es? Hallo? Habt ihr mal in die Politik geguckt? Was haben wir denn für eine Beziehung zu Russland? Eine schwierige, eine absolut schwierige und die Kälte, die Sanktionen, die wir nach Russland geschickt haben, die kommen jetzt ja wieder zurück. Ja, das kriegen wir als russische Kälte wieder. Wie man in die Taiga hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Ist doch kein Wunder. Wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir das alles anders machen können. Dann kommt auch der Frühling wieder. Aber mir fragt ja keiner. Und über die Kälte ganz weit im Westen hier, da wollen wir gar nicht reden. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst das für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Kohl's etwas anderer Wochenrückblick.